Nein, der Hübel ist noch! Jawoll! Soll ich weiterfahren? Hier zwischen den Ding gelandet hab und schau, jetzt repariert der mich. Hier, schnell hier hin, dann gibt's mehr Punkte. Go, 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 go! Valkyrie beschleunige schneller. Oh, da kommt endlich Action! Flieg Scheit! Weiß Geiz! Na! Was war das jetzt? Wir haben uns gerammt. Du bist ausgestiegen! Natürlich! Was soll ich machen, wenn du auf den Boden zufliegst? Wir haben nicht gerammt. Ja, ja. Wir haben sie wirklich, die hat ja auch den Kiel bekommen wegen Rammen. Bist auf dem Boden zerschellt? Das ist alles. Hä, wo willst du denn du jetzt hin? Da können wir gar nicht hin. So, ich bin jetzt mal für Antwari Barracks. Antwari! Nach dem Biolab. Ja, okay. Mach Inchi. Ich brauche Munition und Reparatur. Und ein Havasa. Hä, wo bist du? Ich bin schon dort, ne? Ja. Hier ist ein Sandra. Was zur Hölle tust du schon wieder? Ähm. Du bist schon wieder falsch gespawnt. Lass mich raten. Nein, ich wollte die, ich wollte uns rächen. Ich hoffe, der holte jetzt ein Havasa. Ich kenne dich zwar nicht, meine Freunde, aber Roland Havasa. Das ist bestimmt kein Harasser. Also ich habe einen Harasser mit einer Helvet obendrauf. Tritt nichts, ich bin, äh, Max. Ja und? Die könnte ich benutzen. So, jetzt bin ich hier am Arscher Welt und... Und wir cap'n' dabei die nächste Welt. Ja, komm, verleg dich von hier her, ich brauche Transport. Ja, ich hole dich dann gleich, wenn ich den Punkt hier gesichert habe, die Punkte wirklich haben. Ich verleg mich. Ach, brauchst du nicht, da hat jetzt schon Havasa geholt. Okay, dann verleg ich mich nicht, nachdem ich dabei einer Sekunde war. Junge, wie wär's mit weiterfahren? Unnötig. Oh, nö! Alter, warum treffe ich die, die Skype nicht? Du schlecht bist wahrscheinlich. Go? No go. Ich weiß, er könnte so schön fahren. Ich habe nur noch 28 Schuss. Ich muss dich doch verlegen, das ist zu blöd. Ja, ich bin hier in der Havasa rum und kann nix machen. Wann wieder nicht verreckt, das ist schlimm. Soll ich dich abholen, ich kann jetzt bei dir spawnen? Ja, hol mich ab. Könnte ich gerade kicken eigentlich, der Typ ist behindert. Und Indy, wenn es geht, ich brauche Munition. Mein Spiel will mir gerade klären, ich habe heute schon 3000 von diesen Fahrzeugpunkten bekommen. Oh, ist doch gut. Jetzt Fahrer. Ja, ja, ich bin schon da, ich bin jetzt schon da, jetzt wärst du bei mir mit. Ja, eben. Vor allem habe ich eine Hellbett mit Silbermedaille hier schon. Bring es aber, bring Munition mit. Bring Munition mit. Ja. Sag, das ist doch ein Lappen, der Typ. Möchtest du einsteigen? Ja. Munition liegt nämlich im Auto, die müsste mitkommen. Ah, geile Scheiße. Da oben ist er. Rechts. Ich gebe Gas. Ich gebe Gas. Nee, ich gebe Gas. Nö, nicht so. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Nein, hör mir so nach. Jawoll. Soll ich weiterfahren? Jo, kannst du machen. War zum Wegpunkt. Äh, wir haben einen Liberator hinter uns. Aber nicht. Wir haben einen Liberator rechts von uns. Äh, Schild direkt vor uns. Panzer direkt vor uns. Da kann ich nichts machen. Aber ich. Nicht Schweizer losfahren will das da. Und jetzt habe ich abgeschlossen. Ich bin tot. Was zur Hölle? Ja, ich glaube, das war dann der Besitzer dieses Fahrzeugs. Ja, das Fahrzeug hat sich jetzt auch gerade verabschiedet. Lebst du noch? Natürlich, ich sitze noch drin. Gut, dann komme ich wieder. Ich kann ja nicht fahren wie der Max. Naja, aber du hättest auch steigen können und auch sterben. Von dem Typen, der mich gekillt hat. Ja, ich kann aussteigen. Das ist kein Problem. Ich bin ausgestiegen, ist wahr? Ja, aber ich komme jetzt gerade wieder. Und da hat irgendjemand meine Helbert übernommen. Warte, oben. Äh, hier hockt einer. Der hat dir extra C4 hier hingelegt. Ist der nett, oder? Ich habe ihn mal getötet. Naja. Und ist C4 deaktiviert. Nur für dich hat er extra C4 mitgebracht. Da oben ist noch einer. Ich beginne mit den Reparaturen. Nimm mal bei meinen Fahrzeugen mit. Nimm mal bei meinen Fahrzeugen mit. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Das. Der Typ da drinnen, der schießt ja nicht mit der Helbert. Ich mag Leute, die mit der Helbert schießen. Steig wieder ein. Blöder Spion. Da ist er. Steher. Oder auch nicht. Wo ist er? Oh man, du magst, bist zu fett und zu langsam. Auch ganz da hinten jetzt schon. Juhu, Verdienstabzeichen. Ich krieg Punkte, obwohl ich nichts mache. Ich krieg Punkte. Ohriff. Ohriff. Juhu. 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 So, fahr mal weiter. Ja. Oh, da kommt der Skype, Vorsicht. Ach so, die ist schon. Steig ein. Ich mach's nur noch'n Farbenblatt. Äh, warte, stopp, wir sollten vielleicht erst den Panzerschild wieder aufbauen. Nein, fahr. Ah, das wird schon aufgebaut. Ah, das machen andere. Skype, äh, Liberator über uns, hinter uns. Ich bin ausgestiegen, dass ich sie besser beschießen kann. Oh, die Doppelding macht schon so ordentlich Damage. Aber es hat nicht gereicht, hinterher... Ah doch, sie ist down, sie ist down. Nimm die Munition. Die Lipstar up kill. Hey, die Munition im Fahrzeug ist einfach king. Ja, kann ich dich einladen? Nein, nein. Bis schon dann. So, bis dahin. Äh, Moment, ich muss ja Wegpunkt setzen. Natürlich zum Watchtower. Zu das Guide. Na, einfach mal nach rechts. Ja, natürlich fahr ich durch das Ding, ich hab einen Harasser. Es wär dumm, über die Straße zu fahren, wo die Lightnings warten. Na, das ist wohl wahr. Oh, Watchtower. Eine altbekannte Baseball, der hab ich schon Jahre verbracht. Gefühlt. Äh, direkt hinter uns? Ja, das war ein Flash. Ja. Aber der schießt halt auch. Ja. Ich sag vor, dass es keine Tarnfläche ist. Dann hat man auch so ein anderes Problem. Das ist keine... keine Mossi oder sonst irgendwas, was man jagen könnte. Da kommt das. Okay. Okay, dann schieß ab. Na gut, das ist außerhalb der Rennerdistanz. Da kommt was. Oh, leh, guck mal nach rechts. Nach links. Rechts. Ja, die hat's zerlegt. Nein, das ist ein ganzer Himmel voll. Ich muss aussteigen. Ach so. Oh, ja. Ich werd' beschossen. Guide. Wo? Ah, da. Und jetzt lade ich natürlich nach. Bin du von der Skype beschossen. Oh, die brennt schon. Als Nächste. Wenn ich hier mit meiner Munition wieder neben dich fahr. What? Der Fahrzeug-Bug. Woah. Hast du das gerade gesehen? Nein, da bin ich nicht drauf. Mist. Ich bin da ausgestiegen. War ungefähr 20 Meter über der Erde und hab' mich im Flug wie ein Fahrzeug gesetzt. Da kommt ne Mosi. Oh, leckte ich jetzt mal endlich Action los. Ja, okay wie. Oh Gott, bin ich schlecht. Kein einziger Schuss trifft. Achtung, da kommt Liberated direkt von uns zu. Wo? Direkt auf uns zu. Direkt auf uns zu. Direkt auf uns zu, ja. Das ist noch ein bisschen direkter und der stürzt auf uns. Aber ich krieg mit einer Max, kriegst du die nieder und. Ah, wir haben noch Raketenwerfer dabei. Seid ihr da mal nicht so sicher. Okay, komm mal wieder her. Ah, das ist geil. Wir sind drei Havasa. Ein Trupp. Oh man, Leute, ihr seid geil. Ihr seid einfach geil. Äh, nice job, Trupp. Ja. Trupp. Ist klar. Ich geh mal A-Punkt holen, ne? Ist doch kein Ding in den Watchtower einfach reinzulaufen. Mach ich jeden Tag. Ich glaub ich fahr hier oben mit dem Airracer hin. Da hab ich die perfekte Position, ey. Okay. Ja, hier gibt's zum Glück genug Havasa, wo wir mitnehmen können. Oh Gott, das ist ein ganzer Platoon, das die Skies. Das ist ein richtiger Schwamm. Wie so, wie so. Ding. Oh, ich brauche auch, oh, da ist Muni. Ich hab dir Muni gelegt. Ja, ja. Ich bin echt leer. Komplett leer gewesen. Ja, du nimmst ja auch grad gut fleißig aus mir raus. Ja. Man kommt hier nirgends vorbei. Ist ja scheiße. Verdienstabzeichen, was hab ich jetzt? Schon wieder Truppführung, juhu.